Sehr geehrter Stocker, wir haben ja in einer anderen Einheit schon über die Rolle von dem staatlichen Krisenkatastrophenmanagement und Extremereignissen gesprochen. Ich möchte jetzt nochmal ein paar Fragen an Sie richten bezüglich den Auswirkungen des Klimawandels und vor allem der Trennung, was an den Änderungen wirklich dem Klimawandel zugeschrieben werden kann und was aber auch gesellschaftlichem Wandel zugeschrieben werden kann und inwieweit das die Behörde, das Ministerium betrifft. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass vieles, was momentan dem Klimawandel zugeschrieben wird im Sinne von Veränderung, eigentlich gar nicht aus dem Klimawandel kommt, sondern dass eigentlich da die eigentliche Ursache im Landnutzungswandel ist. Sei es, dass Oberflächen modifiziert werden, sei es, dass Wälder entwaldet werden und andere Maßnahmen, dass Gebiete urbanisiert werden, besiedelt werden. Das heißt also, die Veränderungen, die wir feststellen, sind nicht zwingend auf den Klimawandel zurückzuführen. Betrifft diese Unterscheidung denn Ihre Behörde in irgendeiner Weise? Weil Sie ja eher mit den Auswirkungen ja nur arbeiten müssen und welcher Anteil jetzt im Sinne des Klimawandels daraus resultiert oder welcher Anteil aus Landnutzungsveränderungen resultiert, könnte ja auch für Sie als Behörde von untergeordneter Bedeutung sein. Darf ich Sie hier um Ihre Einschätzung bitten? Ja, ich sehe das auch ähnlich. Wir sind im Rahmen des staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements gefordert, sich anbahnenden Ereignissen zu stellen und wenn Sie dann tatsächlich eintreten, auch auf operativer Ebene, auf koordinativer Ebene dagegen zu wirken, um wieder eine alte oder auch eine neue Normalsituation herzustellen. Dabei stellt sich für uns nicht die Frage in dieser Situation, ob das jetzt von der Natur oder von Menschen verursacht wird, sondern wir haben einfach in der Situation die Aufgabe, bestmöglich damit umzugehen, zu agieren und zu reagieren im Sinne des Bevölkerungsschutzes, im besten Sinne des Wortes. Und wir haben auch in dieser Phase nicht die Zeit und auch nicht eigentlich das Beauvoir, darüber nachzudenken oder uns darüber zu äußern, was denn die Ursache für diese Situation ist. Aber ganz unberührt lässt es uns nicht, nicht im Sinne des Aufgabenbereiches oder der Kompetenz, sondern wenn man sich diesen Krisenmanagementprozess ansieht, dann beginnt ja dieser Prozess, ein Rad, ein Kreis, in der Phase der sogenannten Prävention. Das heißt, man antizipiert für die Zukunft, da gibt es Gefahren, die könnten eintreten, die sind auch nicht jetzt aus der Luft gegriffen und ich überlege mir, wie kann denn die Gesellschaft, wie kann jemand, der von so einem Ereignis betroffen wäre, sich dagegen wappnen, idealerweise, dass es gar nicht eintritt oder vorbereiten, wie würde er denn mit der Situation umgehen. Das heißt, da sind wir schon in einem gewissen Kontext drinnen, zumindest auf der Diskussionsebene, um die Frage aufzuwerfen, ist das jetzt etwas, den ich hier nichts verhindern will, weil ich es abmildern will, woher kommt denn diese Ursache? Ist das etwas, das uns das Wetter so verursacht oder haben wir selbst auch einen Anteil als Menschheit daran, dass wir Gebäude in Bereichen hinstellen, wo wir genau wissen, da wird irgendwann einmal wieder eine Sturzflut aus einem Gebirgsbach hinuntergehen? Also da stellt sich dann schon auch irgendwo die gesellschaftspolitische Frage, ebenso bei bestimmten Ereignissen oder wie kann man Dürre beispielsweise begegnen? Ja, wenn ich halt Monokultur habe und das angebaute Saatgut gegen Trockenheit besonders empfindlich ist, dann habe ich auch meinen Anteil an diesem Ergebnis, zwar nicht an der fehlenden Regenmenge, aber an der Auswirkung der fehlenden Regenmenge. Und am Ende dieses Krisen- und Katastrophenrades ist dann die sogenannte Wiederherstellung, das heißt man versucht die alte oder eine neue Normalität wiederherzustellen und so wie es schon bei der UN-Konferenz zum Sender Protocol of Action bis 2030 angesprochen wurde, gilt es auch hier Build Back Better, das heißt man stellt sich die Frage, wir haben jetzt das Ereignis, wir haben die Erfahrung aus dem Ereignis, aus dieser Krise, aus dieser Katastrophe, kann ich jetzt einen Normalzustand, einen neuen Normalzustand herstellen, der diesem Ereignis vielleicht besser gerecht wird und da komme ich wieder dann in die Fragestellung hinein, naja, was ist denn vorher vielleicht nicht richtig oder falsch gelaufen, aber das ist außerhalb des eigentlichen Koordinations- und Kooperationsmechanismus und betrifft viele Bereiche. Da können wir von der Bauordnung sprechen, da können wir über Fördermittel in der Landwirtschaft sprechen, da können wir über generell geopolitische Themen sprechen, also da ist wahrscheinlich auch der Diskussionsbereich uferlos und natürlich auch ein gesellschaftspolitischer, nicht einer in der reinen behördlichen Aufgabenstruktur zu sehen, wobei SKKM in dem Sinn auch keine Behörde ist, sondern eben ein Koordinationsinstrument, eine Plattform. Sie als Leiter dieser Plattform, wo sehen Sie denn die Rolle in diesen Zusammenarbeiten, in diesen Reaktionen der Bevölkerung an sich? Hat sich das geändert, dass die real vor Ort Betroffenen anders eingebunden sein müssen oder sollten? Hat sich das geändert in den letzten Jahren im Vergleich von 20, 30 Jahren und wie schätzen Sie es ein, wie sich das in der Zukunft weiter verändern wird? Ich muss jetzt dazu sagen, formal ist diese Aufgabe der Koordination dem Minister übertragen bzw. dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, jetzt aus Rollen gesprochen. Die administrative Umsetzung obliegt eben dieser Abteilung 2013, die ich leiten darf. Die Bevölkerung selbst nimmt es dann wahr, in meinen Augen, wenn sie das Ereignis erlebt. Es wird aber oft sehr schnell dann wieder vergessen oder es werden andere Argumente gegen diese Gefahr auch abgewogen. Wir Krisenmanager, wir Katastrophmanager sind oft diejenigen, die dann ein bisschen alleine überbleiben, in der Sorge, dass in fünf oder zehn Jahren einmal etwas passieren kann. Das ist ja oft auch mit Aufwendungen verbunden, mit finanziellen Aufwendungen, aber auch mit sonstigen wirtschaftlichen oder zeitmäßigen Aufwendungen und es liegt offensichtlich in der Natur des Menschen, dass man oft den einfacheren Weg geht und nicht den sichereren Weg. Wer offen durch die Landschaft geht, durch Österreich geht, wird auch beispielsweise neue Siedlungen, neu gebaute Gebäude an Orten finden, wo es davor über die Jahrhunderte nie ein Gebäude gab. Das hatte schon seinen Grund. Wir brauchen heute mehr Raum, wir tun das, auch auf Druck derjenigen, die dort diesen Raum haben wollen. Es wird dann auch auf politischer Ebene, auch in den Raumordnungskonzepten, vielleicht auch in den Baubewilligungen, diesem Druck nachgegeben. Und 15, 20 Jahre später kommt man vielleicht darauf, es war vielleicht doch nicht so günstig, aber dann ist halt schon die Situation da. Wir können auch sehr gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch darüber diskutieren, wie stark wir in Österreich Boden versiegeln. Da sind wir angeblich in europäischer Ebene ja durchaus vorne mit dabei. Und wenn wir heute sehen, dass irgendwo eine neue Firma entsteht, ein Einkaufszentrum, wie auch immer, und wir schauen uns nur an, was da an Parkfläche rundherum entsteht, obwohl wir natürlich auch mit Tiefgarage oder Obergeschossgaragen und so weiter arbeiten könnten, aber offensichtlich ist der wirtschaftliche Faktor oder der wirtschaftliche Druck oder das Verhältnis dieser Vorgangsweise zu einem vielleicht naturgerechteren oder einem für die Natur effektiveren Nutzung nicht ausreichend, um hier neue Wege zu beschreiten. Und so können wir dann viele Beispiele, glaube ich, heranziehen, wo wir doch sehen, dass man manches anders machen könnte, auch im Sinne der Sorge, dass wir nicht selbst das Klima weiterhin im Sinne der Veränderung in die negative Richtung unterstützen. Und sehen Sie darin auch eine gewisse Rolle des SKKM für die Zukunft, da noch stärker mit den lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten? Also ich sehe es weniger, weil wir wirklich sehr stark auch auf dieser operativen und auf der aktuellen Ereignissituation ausgerichtet sind. Man kann so derartiges durchaus überlegen. Die Frage ist halt, ob das jetzt als SKKM oder im Innenministerium ausgerichtet ist, ob das mehr ein wissenschaftlicher Forschungspart ist, ob es nicht andere Institutionen auch eingebettet in Bundes- oder Landesebene gibt, die sich aber stärker dem wissenschaftlichen Ansatz, stärker dem Raumnutzungsansatz, beispielsweise der Landwirtschaft und derartigen Themen widmen. Also da kann man durchaus in unterschiedliche Richtungen reflektieren. Und letztlich ist es natürlich auch eine gesellschaftspolitische Entscheidung, welchen breiten Raum ich derartigen Überlegungen gebe oder auch nicht, in Abwägung unterschiedlichster Interessen. Herr Stocker, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank auch. Vielen Dank.